Die mächtigsten Menschen im Land haben plötzlich die verrücktesten Ideen. Sie tun immer häufiger, was der Mehrheit gefährlich unvernünftig erscheint, erscheinen muss. Sie tun es mit Gebrüll, Kraftwerke schließen, Grenzen öffnen, Sprache verändern, Naturgesetze zertrümmern, Bücher umschreiben, Namen verbanden, Symbole wie das Kreuz tilgen, Debatten unterdrücken. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es gibt viele Dinge im Leben, die machen keinen Spaß, aber irgendjemand muss sie tun. Den Müll runtertragen, das Klo putzen. Sie wissen schon, wir bei Achtung Reichelt hören den Deutschlandfunk, damit Sie es nicht tun müssen. Der Deutschlandfunk hat sich in den letzten Jahren zum Frontsender des linken Kulturkampfes entwickelt. Was man dort zu hören bekommt, hat sich von der Realität in unserem Land vollständig entkoppelt. Beschrieben wird eine Welt, in der sich mutige Veganer, tapfere Transmenschen und natürlich linke und grüne Politiker entschlossen den Bedrohungen unserer Zeit entgegenstellen. Transphobie, dem Rassismus, der unser Land durchwuchert, dem Klimawandel, dem Verbrennungsmotor. Kritik an der Regierung gibt es bei diesem öffentlich-rechtlichen Propagandafunk so gut wie nie. Und wenn, dann nur in einer einzigen Form, dann fragen die Deutschlandfunker, ob die Regierung nicht eigentlich noch entschlossener und unerbittlicher gegen den Mehrheitswillen der Menschen vorgehen müsste. Der Deutschlandfunk steht stellvertretend für eines der unheimlichsten Phänomene unserer Zeit. Den Hass einer wohlhabenden linken Erbenelite auf alles, was Millionen Menschen in diesem Land mögen, schätzen, sich für ihr Leben wünschen und lieben. Den Klassenkampf von oben nach unten, der uns vorschreiben will, wie wir zu sprechen haben und was wir zu essen haben. Der Deutschlandfunk mit all seinen von Gebühren finanzierten Mitarbeitern hat seinen Sinn, seine Bestimmung darin gefunden, seine Zuhörer in einem bedrohlich offizieusen Sound daran zu erinnern, dass die Regierung von ihnen Besserung erwartet. Nein, verlangt. Nichts in unserem Land klingt so furchterregend deutsch wie der Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk vermittelt, was die Aufgabe jedes braven Propagandasenders ist. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Wer nicht linksgrün ist, stellt sich außerhalb der Gesellschaft. Verehrt wird der Deutschlandfunk von kurzhaarigen Antirassismus-Seminarbesucherinnen, von Menschen, die während ihres Studiums in Freiburg Traumfänger-Bastelkurse geleitet haben von ultraaggressiven Berliner Lastenrad-Fanatikern und Männern, die 800 Euro für Outdoor-Jacken ausgeben, um sich der Natur näher zu fühlen, und von den meisten Eltern von Noah, Emilia, Finn und Mila. Der Deutschlandfunk ist der Sender, mit dem man im E-Auto zur Arbeit fährt, sich für ultra-tolerant hält und zur Bewahrung der Toleranz in unserem Land alle anderen Meinungen am liebsten wegverhaften lassen möchte. Diese Leute lieben jede Vielfalt, außer der Meinungsvielfalt. Der Deutschlandfunk hat keine Zielgruppe, sondern ein Zielmilieu, in dem sich alle einig sind, dass sie laut sein müssen gegen Hass und Hetze. Derzeit sendet der Deutschlandfunk eine sechsteilige Podcast-Serie über Fleischkonsum, mit dem Titel »Wen dürfen wir essen?« Hier sehen Sie das Logo dazu. Das sieht wirklich so aus. Zusammengefasst lautet die erzieherische Botschaft dieses Podcasts »Wer Fleisch isst, ist ein Monster«. Bei allem Irrsinn, den wir schon im Deutschlandfunk gehört haben, spielt diese Serie in ihrer völlig eigenen Dimension des Polit-Erziehungsirrsinns. Deswegen wollten wir Ihnen die unglaublichste Passage nicht vorenthalten. Es geht darum, ob es richtig sein kann, Fleisch zu kaufen und zu essen. Hören Sie selbst. Draußen ist es dunkel geworden und der Grill dampft langsam vor sich hin. Aus allen Richtungen kommen die Nachbarn mit ihren Kindern. Aus der Schweineschulter ist eine duftende Schüssel mit Pulled Pork geworden. Und während wir Dans Spezialitäten genießen, denke ich über seine Argumente nach. Der einzelne Einkauf macht noch keinen Unterschied und nicht jeder muss sich für die gleichen Dinge engagieren. Was aber, wenn man das weiterdenkt? Könnte man mit den gleichen Argumenten nicht sogar den Konsum von Kinderpornografie rechtfertigen? Dass ein einzelner Download noch keinen Unterschied macht? Und dass man sich statt für Kinderrechte einfach für eine andere gute Sache engagiert? Lässt sich etwas, das moralisch falsch ist, wirklich so einfach rechtfertigen? Was, 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 was? Moment. Fleischkonsum ist wie der Konsum von Kinderpornografie? Genau wie Sie konnten wir nicht glauben, was wir da gehört haben. Deswegen spielen wir es Ihnen noch einmal kurz vor. Könnte man mit den gleichen Argumenten nicht sogar den Konsum von Kinderpornografie rechtfertigen? Dass ein einzelner Download noch keinen Unterschied macht? Und dass man sich statt für Kinderrechte einfach für eine andere gute Sache engagiert? Sie haben richtig gehört. Die ARD, die diesen Podcast produziert hat und der Deutschlandfunk, der diesen Irrsinn im Radio sendet, vergleichen Grillen und den Konsum von Fleisch mit dem Konsum von Kinderpornografie. Kinderpornografie. Wenn Sie grillen, dann sind Sie vermutlich ein Kinderschänder. Ein einziges Nackensteak zu essen ist moralisch so, als würde man sich einreden, ja nur ein einziges kinderpornografisches Foto runtergeladen zu haben. Das sagen die wirklich. Solche vermeintlich journalistischen Produktionen müssen übrigens Sie mit Ihren Gebühren bezahlen. Jeden Monat 18,36 Euro. Jeden einzelnen Monat. Ich habe für mich beschlossen, diese Gebühren nicht mehr zu bezahlen. Und warum ich das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann, erkläre ich in diesem Video hier. Aber weiter. Warum spielen wir Ihnen so etwas vor, was doch offenkundig das Werk eines Wahnsinnigen ist? Ein Stück Propaganda, das vermutlich nicht einmal militante Veganer überzeugen würde. Weil wir darin etwas Größeres sehen. Wir erkennen darin die große Einschüchterung, die in unserem Land tobt. Unsere Zeit ist geprägt von linken Ideologen, die den besseren Menschen schaffen wollen. Und wir wissen, wo so etwas immer endet. Die große Einschüchterung ist ein erbarmungsloser, entwurzelnder Kulturkampf gegen alles, was wir lieben. Gegen alles, was unser Leben ausmacht. Es ist ein Klassenkampf von oben nach unten. Wenn Sie wollen, dass Ihr Land bleibt, wie es ist, oder vielleicht sogar wieder wird, wie es mal war, dann sind Sie ein Rassist. Wenn Sie der Regierung widersprechen, sind Sie ein Leugner. Wenn Sie gerne grillen, mögen Sie vermutlich auch Kinderpornografie. Vordergründig geht es nur um einen Podcast zum Thema Fleisch. Aber die irrwitzige Botschaft, die uns der Regierungstreuer Rundfunk aufzwängen will, lautet, wer Fleisch isst, der würde auch industriell Menschen ermorden. Das glauben Sie nicht, dass Sie das wirklich sagen. Wir haben es auch nicht geglaubt. Aber Sie tun es. Hören Sie. Und Sie zwingen uns von morgens bis abends zu essen, sodass wir schon als Kinder kaum noch auf unseren eigenen Beinen stehen können. Als Teenager schließlich werden wir in Fabriken gekarrt und am Fließband geschlachtet. Wir haben es hier mit einer links-grünen Ideologie zu tun, die glaubt, die Probleme der Menschheit lösen zu können, indem sie den Menschen selbst verändert. Umerzieht. Zur Not. Mit Repression. Hier ist die mächtige Vorsitzende der Grünen-Partei, Ricarda Lang. Schauen Sie. Nach 16 Jahren in der Opposition, da können wir endlich all das umsetzen, was wir immer nur gefordert haben. Endlich können wir alles umsetzen. Das sind Sätze voller Machthunger. Die Grüne Partei ist die mächtigste autoritäre Organisation in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Grüne Partei ist eine Unterwerfungsbewegung. Ihr Kulturkampf duldet keinen Widerspruch. Hier ist noch einmal Ricarda Lang, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet hat. Schauen Sie. Und deshalb ist für mich eines in dieser Zeit klar. Ich will nie wieder hören, dass wir im Moment das Scheitern von grüner Energiepolitik erleben. Ich will nie wieder hören, dass jemand sagt, meine Ideen funktionieren nicht. Natürlich, genauso sprechen Demokraten. Ich will das nicht hören, dass ihr anderer Meinung seid. Wir erleben das Scheitern grüner Energiepolitik, liebe Frau Lang. Und jetzt wollen Sie mich melden, uns melden? Getragen und befeuert wird dieser radikale Minderheitskult von einem außer Kontrolle geratenen Mediensystem, das mit fast 9 Milliarden Euro Zwangsgebühren rund um die Uhr alles dafür tut, uns in unseren Gewissheiten zu erschüttern, Zweifel in alles zu sehen, was wir als unser normales Leben empfinden. Diese Leute sprechen oft in sanften Worten von Liebe und Solidarität. Hier ist noch einmal die mächtige Vorsitzende der Grünen Partei, Ricarda Lang. Hören Sie. Am Ende, das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig pathetisch, aber ein Glaube an die Menschheit. Als ich davon überzeugt bin, dass die Menschheit in der Lage ist, ein gutes, ein gerechtes Zusammenleben zu organisieren. Ich finde immer, das Schlimmste, was es in der Politik gibt, ist Zynismus. Weil ich immer das Gefühl habe, Bürgerrechtler James Baldwin hat mal jetzt, ist das wahrscheinlich ein Grauten-Rüben-Zitat, was jemand hat jetzt nicht wörtlich, aber so ein bisschen im Gedanken gesagt, naja, eigentlich muss man die Menschen lieben, um was zu verändern. Weil man daran glauben muss, dass die Menschen gut sein können, gut sein wollen vielleicht auch. Und ich würde sagen, dass ich das tue und dass das auch für mich was ist, wo ich immer sage, wenn ich damit mal aufhöre, dann sollte ich auf in die Politik zu machen. Wenn ich diesen Glauben irgendwann mal verloren habe, dann habe ich eigentlich auch in der Politik nichts mehr zu suchen. Ricarda Lang glaubt daran, dass wir alle gut sein können. Ein Glück. Man muss die Menschen lieben, um etwas zu verändern. Weil man daran glauben muss, dass die Menschen gut sein können, gut sein wollen vielleicht sogar. Was Ricarda Lang hier von sich so selbst ergriffen ausspricht, ist das Glaubensbekenntnis aller wahnhaft religiösen totalitären Geister, die sich für Erlöser halten. Ich liebe die Menschen, obwohl sie nicht so gut wie ich sind, deswegen werde ich sie nach meinem Bild neu formen. Das ist das grüne Weltbild. Wer so spricht, glaubt immer auch, den Menschen dazu zwingen zu dürfen, sich zu verändern. Ricarda Lang liebt uns alle so sehr, dass sie uns zu besseren Menschen machen will. Der Segen und das Glück unseres Landes lagen nach 1945 darin, dass Macht und verrückte Ideen getrennt waren. Noch wichtiger als die Gewaltenteilung ist, dass die Spitzen eines Staates nicht an Dinge glauben, die offenkundig und für jeden erkennbar irre sind. Stets die Vernunft auf ihre langweiligste Spitze zu treiben, das war eine deutsche Lektion aus unserer Geschichte. Aber seit einigen Jahren ändert sich das. Die mächtigsten Menschen im Land haben plötzlich die verrücktesten Ideen. Sie tun immer häufiger, was der Mehrheit gefährlich unvernünftig erscheinen muss. Sie tun es mit Gebrüll. Kraftwerke schließen. Grenzen öffnen. Sprache verändern. Naturgesetze zertrümmern. Bücher umschreiben. Namen verbannen. Symbole wie das Kreuz tilgen. Debatten unterdrücken. Die mächtigsten Menschen im Land, vergessen wir das niemals, wollten uns alle zwingen, uns ein Mittel spritzen zu lassen, das in seinen Nebenwirkungen noch nicht einmal ansatzweise erforscht ist. Und, das kann man jetzt schon sagen, deutlich riskantere Nebenwirkungen hat, als man uns erzählt hat. Wir haben also jeden Grund, diesen Menschen, die unser Leben eigentlich besser machen sollen, zu misstrauen. Wenn die Medien der Mächtigen unsere Liebe für den Grill kriminalisieren, dann geht es ihnen nicht um den Grill. Dann geht es darum, zu zertrümmern, was uns alle zusammenhält. Es geht darum, das Lagerfeuer unserer Identität zu löschen. Je einsamer und verwirrter der Mensch ist, desto leichter ist er beherrschbar. Wie alle Ideologen will auch die Grüne Partei die Vergangenheit umschreiben, um die Zukunft zu beherrschen. Hier ist noch einmal die mächtige Vorsitzende der Grünen Partei, Ricarda Lang. Schauen Sie. Und wir wissen aber auch, der Wohlstand hier in unserem Land, der wurde aufgebaut und der wird vor allem nur gesichert von Menschen, die vielleicht Eltern haben, die woanders geboren haben. Von Menschen, die vielleicht selbst woanders geboren wurden und die hierher kommen, um sich einzubringen. Der Wohlstand in diesem Land wurde aufgebaut und wird nur gesichert von Menschen, die woanders geboren wurden. Nicht auch von Menschen, die woanders geboren wurden, nicht unter anderem von Menschen. Nein. Die Grüne Partei behauptet, es waren einfach alles Nicht-Deutsche, die unseren Wohlstand geschaffen haben. Und wir ruhen uns sozusagen darauf aus, wir kleinen Rassisten. Und wenn sie widersprechen, dann sind sie auch ein Rassist. Wir können nicht gesichert sagen, dass Ricarda Langs Machthunger so groß ist, dass sie vom Ein-Parteien-Staat träumt, aber sie sagt und tut viele Dinge, die Herrscher in Ein-Parteien-Staaten sagen und tun. Umschreibung der Geschichte nach den eigenen ideologischen Vorstellungen gehört dazu. Aus unserer Geschichte wissen wir, auf welche Worte wir achten müssen, um Ideologen vielleicht noch rechtzeitig zu erkennen. Worte wie melden, entfernen, Politkommissar. Wir haben es zu fürchten gelernt, wenn der Staat den Bürger nicht grundsätzlich für unschuldig hält und ihm vertraut, sondern grundsätzlich für verdächtig. Doch genau das tut die Grüne Partei. Und mit den dunkelsten, gruseligsten Worten der Vergangenheit wollen diese Leute gegen den Bürger vorgehen, weil sie uns so lieben, dass sie uns zu besseren Menschen machen wollen, wie Ricarda Lang sagen würde. Die Grüne Partei ist überzeugt davon, dass wir untertan gut genug sind, um so zu werden, wie sie es wollen. Aus Liebe zu uns wollen sie uns vor der Gefahr bewahren, so zu sein, so zu sprechen, so zu leben, wie wir das wollen. Aus Liebe. Erinnern Sie sich noch, wer genau so argumentiert hat? Schauen Sie. Ich liebe doch alle. Alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Ich liebe doch. Ich liebe doch alle Menschen. Wie Ricarda Lacken. Na, 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 sagen Sie jetzt. Jetzt aber mal bitte keine Stasi-Vergleiche hier. Die Grüne Partei würde doch nicht mit solchen Methoden, mit den Methoden der Stasi arbeiten. Oh doch, genau das wollen sie. Dazu kommen wir gleich noch hier bei Achtung Reichelt. Erst aber noch zu einem anderen Wort. Der Politkommissar war eine der furchterregendsten Erfindungen der Kommunisten. Er diente in Behörden, in Polizei und Militäreinheiten und kontrollierte Beamte und Soldaten auf ihre politische und ideologische Festigung. Wenn er glaubte, Widerspruch, unerwünschtes Verhalten oder sonstige Verfehlungen wahrzunehmen, dann bedeutete das für die Betroffenen mindestens Karriereende und gesellschaftliche Ächtung. Kein anständiger Demokrat käme jemals auf die Idee, dieses Instrument des Schreckens wieder einzuführen. Und hier ist die Internetseite der Bundestagsfraktion der Grünen Partei. Entfernung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst steht dort. Verfassungsfeinde bebildert die Grüne Partei natürlich mit Polizeibeamten, die uns jeden Tag vor direkten Folgen grüner Politik beschützen, zum Beispiel vor eingewanderter Gewaltkriminalität. Weil Polizisten unliebsame Zeugen geworden sind, wie verheerend grüne Migrationspolitik in unseren Städten scheitert, sind sie der Grünen Partei verdächtig geworden. Verdächtige Polizisten gehören richtig entfernt. Weil das in einem Rechtsstaat aber zum Glück nicht so leicht ist, will die Grüne Partei das Gesetz ändern und den Politkommissar einführen. Hier steht es. Das Bundeskabinett hat am 15. Februar 2023 einen Gesetzentwurf beschlossen, nachdem in Zukunft die Dienstherren selbst die Entlassung vollziehen können. Bisher waren gerichtliche Beschlüsse notwendig. Bisher waren gerichtliche Beschlüsse notwendig. Hint fort damit mit diesen gerichtlichen Beschlüssen im Rechtsstaat. Wer braucht den Gerichte, wenn es zuständige Politkommissare gibt? Weiter heißt es bei der Grünen Partei, DienstherrInnen natürlich sollen selbst entlassen können. Aufgrund der zahlreichen Vorkommnisse in den vergangenen Jahren hatten sich die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag ohnehin das Ziel gesetzt, Verfassungsfeinden schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Nach den Razzien gegen Personen aus dem rechtsextremen und Reichsbürgermilieu im November 2020, unter denen sich auch Polizistinnen, Soldaten und eine Richterin befanden, legte das Bundesinnenministerium einen Gesetzentwurf vor, nachdem in Zukunft die Dienstherren selbst die Entlassung vollziehen können. Das ist die entscheidende Passage. Sie sehen, was hier passiert. Die Bundesregierung missbraucht eine Razzia, bei der einige wütende Rentner verhaftet wurden, damit nicht mehr Richter über das Schicksal eines Menschen entscheiden. Denn stattdessen soll der Dienstherr, also der Vorgesetzte, die angeblichen politischen Verfehlungen von Beamten beurteilen. Kommissare und Offiziere, die Gesinnungsprüfung durchführen und Menschen entfernen können. Wie nennt man das? Richtig, Politkommissare und Politoffiziere. Genau das will die Grüne Partei. Nichts dienen politisch gescheiterten Ideologen mehr, als die bleierne, erdrückende und ständige Angst, immer und von jedem denunziert werden zu können. Eines der mächtigsten Herrschaftsinstrumente ist die Willkür. Es kann jederzeit jeden treffen. Das war das Wesen der Staatssicherheit. Und hier ist, was die Grüne Partei für Deutschland plant. Mit 133.000 Euro im Jahr unterstützt die grüne Familienministerin Lisa Paus die neue Meldestelle Antifeminismus der Amadeo Antonio Stiftung. Gründerin dieser Stiftung war eine Frau, Sie werden es nicht glauben, die fast ein Jahrzehnt lang als inoffizielle Mitarbeiterin im Dienste der Stasi ihre Nachbarn bespitzelte, ausspionierte, denunzierte und verriet. Was also kann man mit ein paar Klicks anonym melden? Bei der Meldestelle Antifeminismus. Was bedeutet Antifeminismus eigentlich? Kennen Sie Antifeministen? Ich auch nicht. Sie ahnen es, es bedeutet nichts und gleichzeitig alles. Antifeminismus bedeutet alles, was der grünen Partei nicht passt. Hier sind einige Beispiele von der Website der Meldestelle Antifeminismus. Zum Beispiel Stickerflyer mit antifeministischen Inhalten, zum Beispiel Mobilisierung gegen die Genderideologie. Oder Medien benutzen antifeministische Narrative und Verschwörungserzählungen über eine vermeintliche Genderideologie. Heißt, übersetzt, wenn Sie sagen, dass es nur Mann und Frau gibt, dann kann man Sie melden. Auch unliebsame Medien. Sofort melden. Es wird aber noch besser. Ich zitiere. Wissenschaftler der Gender Studies werden als Geldverschwendung diffamiert. Das ist eines der Beispiele. Sie halten es für Unsinn und Verschwendung ihrer Steuergelder, über die richtigen Pronomen und Prinzessinnenkleider in Disney-Filmen zu forschen. Sie halten das für pure Ideologie. Oh. Schon sind Sie gemeldet. Ein weiteres Beispiel von der offiziellen Website der Meldestelle ist dies. Organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache. Eine solche Kampagne läuft gerade höchst erfolgreich, zum Beispiel in Hamburg. Sie wollen, so wie 80% der Menschen in unserem Land, bei der irrsinnigen Sprachverstümmelung des Genderns nicht mitmachen und wagen es auch noch, das laut zu sagen. Sie wollen einfach sprechen, wie Sie wollen? Nein. Sie sind jetzt ein Fall für die Meldesteller. Weiteres Beispiel. Eine Demonstration mit antifeministischen Inhalten oder bekannten Antifeministen findet statt. Demonstrationen melden und überwachen. Immer eine großartige Idee mit der Geschichte unseres Landes. Großartige Idee, liebe grüne Partei. Antifeministen sind übrigens Menschen, die glauben, dass man mit seinem Geschlecht geboren wird und es nicht frei wählen kann. Man kann in Zukunft also nahezu jede Demo melden, auf der Menschen nicht glauben, behaupten und bekennen wollen, was die Regierung von uns verlangt. Was soll da schon schief gehen? Wenn Sie es nicht glauben, was ich Ihnen hier erzähle, hier ist Jude Draner von der Amadeo-Antonio-Stiftung, wie sie in eigenen Worten erklärt, was für Demos man zukünftig melden soll. Sie werden es nicht glauben. Hören Sie. Genau, das sind oft antifeministische Demonstrationen aus bestimmten Spektren, zum Beispiel religiöse Spektren oder konservativ-autoritäre Spektren, Rechtsaußen-Spektren, die eben demonstrieren und dann steht dann irgendwie was obendrauf auf der Verpackung, beispielsweise Kindeswohl oder irgendwas anderes. Aber im Grunde genommen sind es antifeministische Akteure, die wir da sehen, die auch schon seit Jahren bekannt sind und auch erforscht sind und die mobilisieren eben über das Thema Gender, weil das ist ja auch ein wunderbares, aufregiger Thema. Alle wollen sich darüber aufregen, alle können darüber mitreden. Die sind nicht fürs Kindeswohl, die sind Antifeministen. Religiöse, konservative und rechte Demos sollen sie in Zukunft melden. Das ist es, was die Grüne Partei will und finanziert. Das hätten sie alles niemals für möglich gehalten, wir auch nicht, aber das ist das Deutschland, in dem wir inzwischen leben. Ein Kollege der NZZ aus Zürich beschreibt es so. Hier wird die gesellschaftliche Mehrheit als beobachtungswürdige und latent extremistische Gefahr dargestellt, weil sie Zweifel hat, dass der Mensch sein Geschlecht frei wählen kann und weil sie an heteronormativen Geschlechterverhältnissen festhält. Hier will eine radikale Minderheit der Mehrheit ihre Ideologie und ihren Jargon aufzwingen. Dass ein solches Projekt von der deutschen Bundesregierung gefördert wird, ist gruselig. Wie sieht wohl die Chefin der Meldestelle, Ans Hartmann, ihre Aufgabe? Sie verrät es in einem Interview mit der Taz und sie sagt dies. Ein großes Thema, was ja quasi der Dauerbrenner ist, sind Angriffe und Einschüchterungen auf Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. So Ans Hartmann. Und weiter? Ich denke da zum Beispiel an den Shitstorm gegen Sarah Lee Heinrich von den Grünen. Ah, von den Grünen. Sie sagen es vollkommen offen. Bitte melden Sie Kritik an Politikern der Grünen Partei. Die ist nämlich nicht mehr erwünscht. Aus den anonymen Meldungen soll im Auftrag des Grünen Familienministeriums dann eine sogenannte Chronik erstellt werden. Also nichts anderes als ein öffentlicher Pranger der Denunzierten. Und zwar nicht anonym, wie behauptet wird, sondern mit ihrem Namen. Auf der Website heißt es, dass grundsätzlich keine Klarnamen oder persönliche Daten anderer Menschen mitgeteilt werden sollen, sofern es sich nicht um Personen öffentlichen Interesses handelt. Ah, und wer von öffentlichem Interesse ist, wer an den Pranger gehört, das entscheiden die Schergen, die von der Grünen Partei finanziert werden. Ist das wirklich möglich? Kann das wirklich wahr sein, fragen Sie sich jetzt? Haben wir uns in diesem Land nicht eigentlich geeinigt, so etwas nie wieder zu wollen? Haben Menschen im Osten dieses Landes nicht 1989 ihr Leben riskiert, damit es so etwas nie wieder gibt? Eigentlich schon, aber dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Mauerfall haben wir es wieder mit einer linksideologischen Bewegung zu tun, die den Klassenfeind genau so bekämpfen möchte. Und Sie sagen es ganz offen. Hier ist noch einmal Hans Hartmann von der Meldestelle Antifeminismus. Ich zitiere, Antifeminismus und antifeministische Ideen sind sowas wie eine Einstiegsdroge in rechte und extrem rechte Bewegungen und rechtes Gedankengut. Das sieht man auch bei verschiedenen rechtsterroristischen Attentaten in den letzten Jahren. Übersetzung. Wenn Sie sich nicht zum Wahnsinn der grünen Ideologie bekennen, wenn Sie nicht gendern wollen und das Geschlecht des Menschen für naturgegeben halten, dann machen Sie sich verdächtig. Sie könnten sogar ein Terrorist sein. Es ist vermutlich besser, Sie zu melden. Die Grüne Partei verachtet die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Das ist keine Behauptung, keine Verschwörungstheorie. Das lässt sich ganz einfach belegen. Zum Beispiel an diesem Satz der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung, Ferda Attermann. Sie sagt, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Ferda Attermann spricht nicht über einzelne Menschen und natürlich gibt es Rassisten in Deutschland. Nein, sie spricht über uns alle. Sie macht uns alle zu verdächtigen, menschenverachtenden Gedankenguts. Sie spricht für die Bundesregierung und niemand in der Bundesregierung widerspricht ihr. Warum nicht? Weil diese Regierung uns alle erst einmal verdächtig findet. So verdächtig, dass man uns besser kontrolliert, überwacht, meldet und zur Not entfernt. Das Vokabular der Autokraten ist in Deutschland zurück an der Macht. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda, Heuchelei und Meldestellen. In der Politik vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind und woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.